Ja, hallo Leute, heute spielen wir mal, ähm, Dings, mir fällt grad der Name nicht ein. Und zwar, das ist das extremste Spiel, was es gibt. Mario auf dem Roller, ne? Auf dem Motorroller. Oh, extrem. Ach du Kacke. Au, 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 au. Jetzt müssen wir nochmal... Ja, Mario freut sich. Au, au, au. Huch. Au, das da wird nix. Oh, Mario hat sich diesmal nicht gefreut. Ja, oh nein. Ja, doch. Hm, ja. Juhu, auf geht's. Au, au, au. Nja. Wann kommt denn das Ziel? Kommt da heut noch's Ziel? Oder geht das einfach immer weiter? Dummdi dumm. Was? Weiß nicht. Tja. Tja. Ja. Und jetzt? Also gibt's da heut noch ein Ziel? Oh, ein Backflip. Juhu. Oh, 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 oh. Weiß nicht, wer das gemacht hat. Kannst du irgendwo stehen? Ja, Mario freut sich wieder. Ich glaub, ja. Ich glaub, da gibt's gar kein Ziel. Ich glaub, das geht einfach immer weiter oder so. Oh, oh, oh. Ey, vielleicht wiederholt sich oder so. Tja, so sei es Au, 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 au Au, kriert dich, jetzt sind die Räder abgefallen So, das ist ja jetzt voll das extremste Spiel, ne Mal gucken, ob wir es heute noch in das Ziel schaffen, was es vielleicht geben wird Yo, Mario geht ab Mario geht extremst ab So Hoffentlich packen wir es ins Ziel Wie soll man da jetzt hoch Ho, oh, ja Ja So, noch einmal Danach ist aber wirklich Schluss, wenn wir es dann nicht ins Ziel schaffen Dann bezweifle ich, dass es ein Ziel gibt Hm Ja Ja Gut Ah, geschafft Ja Gut Dann geht's beim nächsten Mal weiter, ne Tschüss Tschüss